Also Krebs ist generell nicht lustig, es sei denn... Habe ich es nicht im geringsten behauptet. Es sei denn, in diesem einen Witz... Du überlegst doch, du ihn erzählst, oder? Nein, den kennt ihr auch. Johann, im Zweifelsfall schneiden wir raus, sag ruhig. Nein, ihr kennt ihn. Zwei Kinder, ein Kind kriegt Weihnachten ganz viel geschenkt, das andere wenig. Und dann sagt das Kind das viel geschenkt, ob die Eltern mich wohl lieber haben als dich. Und dann sagt das andere Kind, ob du wohl Krebs hast. Ja, das war... Ich kannte den noch nicht, aber... Ich hab ja gesagt, das ist nicht lustig, ne? Ja.